Ich habe dich schon lange nicht mehr malen sehen. Es ist ziemlich schwer im Moment. Das ist keine Kunst. Ich glaube, Fräulein Jansson führt mich an der Nase herum. Ich glaube, das Leben ist ein wunderbares Abenteuer. Man sollte alle seine Drehungen und Wendungen erkunden. Hast du jemals eine Frau geküsst? Was ist das? Das ist Mora. Sie ist so kalt, dass alles, was sie berührt, zu Eis wird. Gefallen dir meine Bilder? Sie sind schön, aber die hier sind besonders. Ich habe keinen anderen Mann als dich. Und ich habe keine andere Frau als Vivica. Du kommst doch zur Premiere. Und ich habe keine andere Frau, ist gut. ASU Untertitelung des ZDF, 2020